Boah, habe ich meine Potions hingeschmissen. Egal wie scheiße man spielt, man gewinnt trotzdem mit dem Modul. Ja, wir sind jetzt sogar in einem Ranked Match. Wird natürlich jetzt ganz krass geschwitzt. Oh ja, da sehen wir es auch schon. Oh mein Gott, wie er auseinandergenommen wurde. Er wurde so auseinandergenommen. Junge, guckt es euch halt an. So effektiv ist dieses Modul gegen Schwitzer. Herzlich willkommen zurück zu LaZeit. Wir spielen heute mit dem neuen Icarus Update. Einmal kurz hier im Kit 1 vs. 1, um euch genau zu zeigen, wie dieses Modul funktioniert. Nämlich so funktioniert es. Man strafet nur ein bisschen an, man teleportiert sich komplett neben ihn. Und dieses Modul funktioniert nicht nur so, dass wir coole Kombos machen und uns in ihn rein teleportieren, sondern dass wir damit auch Knockback canceln können, Pfeilen ausweichen können und gefühlt alles canceln können. Das könnt ihr mit euren Pfeiltasten übrigens auch kontrollieren, wo ihr euch genau hin teleportiert. Das kann ich gleich einmal zeigen, wieder wenn ich nach rechts strafe, nach rechts teleportiert. Und da ist er auch schon einfach down gegangen. Zum Ende hat er es eh nicht mehr versucht, sich gegen uns zu wehren. Aber ich denke, man sollte perfekt sehen, dass dieses Modul einfach nur OP ist. Und wie gesagt, Knockback kann man damit canceln. Man kann gefühlt alles damit canceln. Und damit ist es auch das perfekte Modul für Skywars oder Badwars. Aber wir sehen uns erstmal nochmal in einem 1 gegen 1 wieder. Nämlich will ich nochmal ganz kurz über ein paar Themen reden, die mich ein bisschen getriggert haben. Nämlich das erste Thema, der 100 Euro Client. Erstens gibt es einen 100 Euro Client, der mit diesem Modul geworben hat. Und ja, dieses Modul habe ich ja schon mehrmals gesagt, ist einfach scheiße. Also es ist einfach nicht gut von denen gemacht. Ich bypass inzwischen auch schon wieder nicht mehr auf Gomme. Und dafür haben sich halt Leute für über 100 Euro scammen lassen. Was halt jetzt nicht besonders schlau ist, sich für 100 Euro scammen zu lassen. Und naja. Gut, was ich noch sagen wollte ist, wie gesagt, das Modul ist schon bei dem 100 Euro Client einfach gepatcht worden. Was auch sehr, sehr witzig ist und auch gar nicht traurig in irgendeiner Weise. Nein, ist überhaupt nicht traurig. Überhaupt nicht. Und da hat auch... Ach ja, erstmal in der nächsten Runde gehen. Dass das beim 100 Euro Client jetzt schon gepatcht wurde. Sondern habe ich auch noch unter meinem letzten Video, unter meinem letzten Hypixel Video, so Kommentare selbst von Mitgliedern lesen müssen. Wo ich sowas gehört habe von... Junge. What the fuck? Also der hat mich gerade komplett outranged davor. Und ich habe es trotzdem noch geholt, weil ich mich immer wieder an ihn rein teleportiert habe. Digga, wie einfach das mit diesem Modul ist. Das ist doch geil. Jetzt muss ich mal zum Themenreden kommen. Was ich noch eigentlich sagen wollte, ist, dass selbst ein Mitglied unter meinem letzten Video einfach gesagt hat, von wegen, ähm, bring doch mal auch wieder einen Gomme Client raus. Da muss man sich ja nicht diesen 100 Euro Client kaufen. Und, ähm, dann wäre ja auch alles wieder in Ordnung und bla bla bla. Aber das ist halt einfach so ein unglaublicher Trash-Talk. Ich habe vor Monaten auch schon mal gesagt, dass Ikaos gefühlt, die jede Sekunde auf diesem, äh, Server gebypasst hat. Und das ist einfach wahr gewesen. Man musste vielleicht eigene Kill-Aura-Settings machen. Aber rein theoretisch hat der Client genau so, wie er ist mit den Kill-Aura-Settings und auch mit Backtrack, wenn man da die Settings verändert hat, komplett genauso gebypasst. Und, ähm, ja, keine Ahnung, worüber sich denn Leute beschweren, warum man sich einen 100 Euro Client kaufen muss. Vor allen Dingen, weil der 100 Euro Client jetzt schon dieses krasse Modul einfach da gepatcht wurde. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was ich sonst noch dazu sagen soll. Es ist einfach traurig, dass Leute insgesamt von einem randomen 100 Euro Client kaufen und dann sagen, Ikaos wäre scheiße, weil es keine Updates bekommt, etc. Ikaos braucht gar keine Updates, um auf Gomma zu bypassen. Gomma hat zwar ein gutes Anti-Cheat, weil es Legits flaggt, ähm, aber trotzdem funktioniert das halt einfach. Das funktioniert tadellos, ohne Probleme, seit Monaten auf Gomma und, ähm, man muss sich vielleicht eigene Settings kurz so kleine Abänderungen machen, aber sonst bypass das trotzdem seit Monaten auf Gomma. Und jetzt kam auch noch dieses neue Modul hinzu und trotzdem meinten Leute, ja man, 100 Euro Client kaufen, sich scammen lassen, das ist cool. Das ist richtig cool. Okay, einmal kurz einen goldenen Apfel essen. Ähm, ich finde das so geil, wie er immer versucht, mich zu Gomma, äh, zu angeln und ich mich dann einfach um ihn rumtippe. Oh Gott, ich glaube, das könnten wir verlieren, wegen seinem Angel-Gameplay, weil wir haben gerade noch nicht den... Hä? Ich habe gelaggt. Aber gut, wir spielen auch auf VPN, das ist verständlich, dass ich dann mal lagge. Aber egal, ich glaube, wir haben genug 1 gegen 1 gespielt, weil ich jetzt einfach kurz meine Themen erzählen wollte. Und, ähm, ja, die nächsten Themen, falls mir noch was einfällt, rede ich dann einfach in Skywars weiter. Wir spielen dann jetzt eine Runde Skywars oder Bad Wars, je nachdem, wo ich gleich mehr Lust drauf habe. Eine Runde Skywars, nämlich mit dem Skid-Kid Skywars. Nee, also ich habe ein paar Runden Skywars gespielt. Und, ähm, für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt 1 gegen 1 mit dem Skid-Skywars spiele oder halt Skywars. Weil es einfach so ist, dass es gefühlt in Skywars immer nur darum geht, als Erster in der Mitte zu sein, eine Diarrüstung zu farmen. Und ich habe halt nie eine Diarrüstung, weil ich nie in die Mitte gehe. Und dann verliere ich halt einfach jeden Kampf, selbst wenn ich den 50 mal so viele Hits gebe wie die mir. Das ist halt einfach so low, genauso wie jetzt schon wieder. Du bist so ein Hundesohn. Egal, du verlierst das Spiel auch noch. Hä? Was ist denn jetzt gerade kurz passiert? Ah, die wunderschönen TP ist hinterher. Wunderschön. Boah, wird mir das stinken, Digga. Halt sein Leben geschwitzt und trotzdem verloren. Doof. Echt sehr doof. Am besten merkt man ja in meinen Augen, dass dieses Modul und insgesamt der Client so unglaublich gut aufgekommen ist. Ja, einfach an diesem Beweis mit dem Only Sword. Einfach weil da die Gleichheiten, die Gleichheiten einfach nur den Kampf zu benutzen, den Kampf zu zeigen, so unglaublich groß sind. Und genau deshalb ist dieses Modul halt einfach so unglaublich geisteskrank in meinen Augen. Aber naja, auf Skywars kann man halt sowas nicht zeigen, wenn man halt so schlechtes Equipment hat und der ganze andere Server halt gutes Equipment hat. Ich frage mich jetzt eigentlich gerade, ob ich wirklich kein Schwert in der Hand habe. Weil, ähm, da würden wir halt keinen Schaden machen. Aber naja, man sieht halt so unglaublich gut, wie ich mich immer wieder einfach in ihn rein strafe und dann in ihn rein tippe. Ich würde jetzt halt echt gerne wissen, ob ich mein Schwert habe, weil, naja, wir geben ihm halt so viele Hits. Und ja, wir hatten ein Schwert. Verbleibende Leben, 42. Muss man dazu noch viel sagen? Muss man dazu noch viel sagen? Ich denke halt nicht. Ich denke nicht. Aber auch mit sowas mit einem SG-Kit, wo jetzt Leute mit TNT und Angeln schwitzen werden. Achtet, Jungs. Achtet genau. Mhm. Spam erstmal deine Pfeile. Ja. Und jetzt kriegst du halt aufs Maul. Genauso wie jeder andere wieder. Da interessiert uns dann überhaupt nicht, ob du uns mit Pfeilen abschießt, mit Feuer zuspams, dass wir brennen. Wir tippen uns in dich rein und vergewaltigen dich. Nochmal das Kit SW. W. Vielleicht stackt sich der ja sogar wirklich hoch, wie ich. Und möchte mal mit mir in der Luft einen Kampf führen. Anscheinend nicht. Ich wollte es halt schön zeigen, wie dieses Modul so funktioniert, dass man halt kein Knockback bekommt und so weiter. Gut, wenn man halt auch da stehen bleibt, dann ist das halt auch eigene Do... Oh, gut, Alter. Da wären wir ja gerade mal fast gestorben, weil ich einfach richtig, richtig heftig dumm war. Aber egal. Ähm, wo habe ich das hingeschmissen, bitte? Wo habe ich meine Potions hingeschmissen? Egal wie scheiße man spielt, man gewinnt trotzdem mit dem Modul. Ist halt so lächerlich. Ich würde euch das schon gerne in anderen Game-Modes zeigen, aber Bad Wars füllt sich halt nicht. SG ist sowieso schon immer tot auf dem Server seit einem Jahr oder so. Und Sky-Wars ist halt der einzige Game-Mode, der gespielt wird und da, keine Ahnung, habe ich ja gesagt. Das ist mit der Rüstung immer so. Es tut mir echt leid, dass ich es nicht richtig auf anderen Game-Modes zeigen kann. Am liebsten hätte ich es in der Runde QSG oder SG gezeigt. Aber das wird mir halt einfach nicht gegönnt. Soll mir auch egal sein. Ihr könnt selber sehr viel Spaß in Game-Modes wie Sky-Wars und so haben, wenn ihr daran denn Spaß habt. Weil ich habe ihn nicht. Das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Genau aus dem Grund werde ich auch dagegen protestieren, das zu spielen. Sollte jeder verstehen. Weil ich hatte keinen Spaß in den Runden, die ich da gespielt habe. Und genau deshalb werde ich das halt auch einfach nicht machen. Ich spiele hier noch immer für Spaß. Ich habe mich eine Zeit lang echt mal gezwungen zum Aufnehmen. Aber die Zeiten sind schon lange zu Ende. Ich habe inzwischen halt einfach puren Spaß hier dran. Und hier habe ich meinen Spaß, weil die Chancengleichheit immer da ist und es nicht um Equipment geht. Und ja, wenn die Chancengleichheit halt egal ist, Junge, dann sieht man halt, dass es ein guter Client ist. Und bei ihm muss ich sogar sagen, der gibt sich gerade echt Mühe. Der von allen Gegnern ist bis jetzt der Stärkste. Das wird sogar relativ knapp, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Na, er gewinnt natürlich nicht. Warum sollte er gewinnen? Wie komme ich überhaupt auf den Gedanken? Wir haben ihm so viele mehr Hits gegeben. Aber gut, 11,5 AP muss man ihm lassen. Der hat sich Mühe gegeben. Das war bis jetzt mein stärkster Gegner auf dem Server. Spielen wir halt weiter KIT SG und zeigen, wie unglaublich OP dieses KIT in SG wäre. Wie gesagt, Angelschwitzer bis zum geht nicht mehr. Achtet. So. Genau. Genau das meine ich. Er angelt uns. Ja, okay. Jetzt übertreibt er aber halt mit dem Angeln. Wir müssen einmal ganz kurz geppeln. Dann schießen wir auch einmal mit dem Bogen auf ihn. Und da ist es dann auch mal wieder easy gelaufen. So viel dazu. Der hat halt wirklich so unglaublich viel gespitzt mit seiner Angel. Wer hat mehr Hits rausbekommen? Ich. Doof gelaufen. Und genau das ist das perfekte Beispiel dafür in meinen Augen, dass ich halt in jeder Runde SG gewinnen würde. Und Skywars halt einfach nicht. Nur wegen dem Equipment. Naja, egal. Soll mich nicht jucken. Mir macht das gerade genauso viel Spaß wie SG. Ich würde natürlich gerne gegen zwei, drei Leute gleichzeitig kämpfen. Aber naja. Es gibt ja sogar Ranked. Das vergesse ich immer wieder. Wir sind ja sogar in einem Ranked Match. Wird natürlich jetzt ganz krass geschwitzt. Oh ja. Da sehen wir es auch schon. Oh mein Gott, wie er auseinandergenommen wurde. Er wurde so auseinandergenommen. Junge, guckt es euch halt an. So effektiv ist dieses Modul gegen Schwitzer. Abschließend noch in der Runde Ranked UHC. Einfach weil Ranked Schwitzer und so. Und dann kann man sich das halt nochmal gönnen mit stärkerer Rüstung gegen Schwitzer zu spielen. Da macht es dann nochmal umso mehr Spaß. Dass sie sich überhaupt nicht richtig gegen einen wehren können. Er schreibt halt auch einfach GG. Ich bin nicht am Cheaten oder so. Es ist einfach ein gutes Spiel gewesen. Ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen länger dauert, das Ranked Game. Dann wäre ich zufrieden auf jeden Fall. Na ja. Ich habe auch meine Items schon wieder verloren. Ich weiß nicht, was da gerade immer abgeht, dass ich meine Items verliere. Oh na ja. Soll mir egal sein. Weil wir winnen auch halt einfach ohne Items. Weil wir halt einfach so unglaublich gute Spieler sind. Digga, es ist so geil. Es ist halt auch so geil. Auf GOMM rennen die Leute immer weg. Und man teleportiert sich einfach hinterher und backtrackt sie dann. Was wollen die machen? Na ja. Ich hoffe, ich hatte diese Folge, auch wenn sie komplett in 1 gegen 1 aufgenommen wurde, sehr gut gefallen. Denn mir hat es gefallen. Mir macht dieses Modul sehr viel Spaß. Vielleicht kann ich ja doch nochmal eine Runde Survival Games hinbekommen. Ich werde es versuchen. Aber das muss ich dann zu späteren Zeiten als 12 Uhr mittags versuchen. Weil, ja, Server halt tot. Gau mal, normal tot. Verstehe halt auch noch immer nicht bis heute, dass sie das nicht verstehen wollen. Dass Intafe einfach scheiße ist. Und als einziger Grund dafür gesorgt hat, dass der Server in den Ruinen getrieben wird. Aber gut. Einen Rückzieher nach 2, 3 Jahren zu machen, lässt dann natürlich auch dumm dastehen. Dann hätte der Haze ja die ganze Zeit recht gehabt. Das geht natürlich auch nicht. Und von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, was auch immer. Kleines Film ist in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr sehr gerne euch kaufen. Dann sehen wir uns die Tage bei einem anderen Video oder bei einem Stream wieder. Ich streame in letzter Zeit so immer so um 18 Uhr, also wenn ihr da mal einschalten wollt. Mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Kiss. Vielen Dank.